Bismillah, wa salatu wa salam ala Nabiyyina Muhammadu ala Alihi wa Sahbihi wa Salam. Amma ba'd. Inshallah, wir beginnen heute mit einer neuen Unterrichtsreihe. Und zwar mit Usul al-Tafsir, die Grundlagen des Tafsir. Und wir nehmen inshallah das Buch von Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala als Grundlage für diesen Unterricht. Und wir werden das Buch zusammenfassen. Wir werden nicht auf alles eingehen, aber wir werden von jedem Thema die wichtigsten Sachen herausnehmen. Warum lernen wir Usul al-Tafsir? Warum lernen wir die Grundlagen des Tafsir? Der Scheich sagt in der Einleitung, dass es wichtig ist für uns von jedem Fach zuerst die Grundlagen zu lernen. Weil mit den Grundlagen können wir das Fach verstehen. Und die Grundlagen sind für uns eine Hilfe. Und wer die Grundlagen lernt, der baut auf einem festen Fundament auf. Und auf festen Stützen. Und die Wissenschaft des Tafsir gehört zu den besten und edelsten Wissenschaften. Und nämlich, weil mit der Wissenschaft des Tafsir die Bedeutung der Rede von Allahs klargestellt wird. Und die Gelehrten haben für dieses Wissen Grundlagen gemacht oder Grundlagen festgelegt, so wie sie für die Wissenschaft des Hadiths oder die Wissenschaft vom Fiqh Grundlagen gemacht haben. Und die nennt man Usul al-Hadith oder Usul al-Fiqh. Al-Qur'an bedeutet sprachlich. Al-Qur'an kommt von Qara'ah. Und das bedeutet entweder Tala oder Jama'ah. Und Tala bedeutet das Rezitieren. Also das heißt, sprachlich bedeutet Al-Qur'an der Rezitierte oder das Rezitierte oder Jama'ah. Und zwar das Umfassende von Jama'ah. Der Umfassende, weil er die Mitteilungen, die Nachrichten und die Urteile umfasst. Und beides ist korrekt. Das von der sprachlichen Ableitung. Die Definition vom Koran in der Scharia ist die Rede Allahs, die hinabgesandt ist, auf seinen Gesandten und Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der mit der Surat al-Fatihah beginnt und Surat al-Nas aufhört. Und Allah hat den gewaltigen Koran von Veränderung und Zunahme, Hinzufügung und Wegnahme geschützt. Und Allah sagte in Surat al-Hijr, Ayah 9, Wir haben wahrlich die Ermahnung oder die Erwähnung hinabgesandt und wir schützen sie. Und es sind viele Jahrhunderte, jetzt schon über 14 Jahrhunderte vergangen und niemand hat es geschafft, den Koran zu verändern oder von ihm etwas zu entnehmen oder etwas hinzuzufügen, ohne dass er aufgedeckt wurde. Und niemand hat es geschafft, einen gleichwertigen Koran hervorzubringen. Und als die Quraysh den Koran verleugneten, hat Allah gesagt, kommt mit einem gleichen Koran. Und sie haben es nicht geschafft. Und dann hat er ihm gesagt, kommt mit einer gleichwertigen Surah. Und sie haben es nicht geschafft. Und dann am Schluss hat er gesagt, kommt mit 10 Ayat, die gleichwertig sind. Und sie haben es nicht geschafft. Und der Koran hat viele Beschreibungen. Und er wird im Koran mit verschiedenen Eigenschaften beschrieben. Allah sagt im Koran, Und wahrlich, wir gaben dir sieben der sich ständig wiederholenden Versen und den gewaltigen Koran. Und hier wird der Koran als gewaltig beschrieben. Und in einer anderen Ayat, Und der prächtige Koran. Und weiter, Ein Buch, wir sanden es hinab zu dir, Das edel ist oder gesegnet ist. Oder gesegnet ist, besser gesagt. Das gesegnet ist, auf das sie über seine Zeichen nachdenken und auf das sie Leute mit Verstand darüber nachdenken mögen. In dieser Ayat wird der Koran als gesegnet beschrieben. Und in einer anderen Ayat, Wahrlich, er ist ein edler Koran. Und Allah sagte, Und würden wir diesen Koran auf einen Berg hinab senden, So würde er aus Furcht vor Allah zusammenfallen. Und dies sind Gleichnisse, die wir den Menschen prägen, auf das sie nachdenken mögen. Und der Koran ist die Grundlage von der islamischen Gesetzgebung, von der islamischen Scharia. Genauso wie die Sunnah des Propheten, Grundlage für die Scharia ist. Allah sagt im Koran, Und was euch der Prophet gibt, so nimmt es und was er euch verbietet, so lässt davon ab. Und Allah sagt, Sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir und so wird euch Allah lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist vergebend warmherzig. Und diese Ayat wird die Ayatul Imtihan, die Ayat der Prüfung genannt. Warum die Prüfung? Die Leute, die behaupten, dass sie Allah lieben. Was ist der Beweis, dass sie Allah lieben? Allah sagt, Sag, oh Mohammed, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Das heißt, das Folgen des Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, ist der Beweis, dass man Allah liebt. Und wenn man dem Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, folgt, so liebt einem Allah und er wird die Sünden von ihm vergeben. Die Hinaubsendung des Korans, am Anfang, als der Koran hinabgesandt wurde, war es in der Laylat al-Qadr. Allah sagte, inna an sallnahu fi Laylat al-Qadr. Wir haben ihn wahrlich in der Nacht der Vorherbestimmung hinabgesandt. Und das Alter des Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, war 40. Er war 40-jährig, als das erste Mal vom Koran zu ihm hinabgesandt wurde. Und viele unserer rechtschaffenen Vorfahren, wie Ibn Abbas und Atta und Sa'id ibn al-Musayib und andere, sagen, dass das Alter von 40 das Alter, wenn der Verstand die Vollkommenheit erreicht. Und Jibril alayhi salam ist der Engel, der den Koran von Allah zum Gesandten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam übermittelte. Das erste, was vom Koran hinabgesandt wurde, die Ayat, mit dem der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam Prophet wurde, sind die Ayat, die ersten fünf Ayat von Surat al-Alaq. Iqara' bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq iqara' wa rabbukal akram alladhi allama bilqalam allama al-insana maalam ya'alam Lies im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat, der den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen hat. Lies und dein Herr ist der Edelste, er, der mit dem Stift gelehrt hat. Und er den Menschen lehrte, was er nicht wusste. Und danach wurde die Offenbarung für eine kurze Zeit unterbrochen. Und dann wurden die nächsten fünf Ayat hinabgesandt, und zwar die ersten fünf Ayat von Surat al-Muddathir. Ayat von Surat al-Muddathir, oder Sebebi, das ein Motiv oder eine Ursache hat für die Hinabsendung. Und al-Ibtidai, das anfängliche Hinabsendung, das heißt, es wird hinabgesendet, ohne, dass eine Geschichte oder eine Ursache davor passierte. Zum Beispiel die Ayat, Und von ihnen sind welche, die mit Allah einen Vertrag eingehen, dass wenn er ihnen von seiner Gunst gibt, dass sie dann Almosen geben werden und von den rechtschaffenden Leuten sein werden. Und Allah beschreibt hier den Zustand der Heuchler. Aber es ist nicht etwas Spezielles passiert, dass diese Ayat hinabgesandt wurde. Und der zweite Teil, die zweite Art ist eben Sebebi, dass es ein spezielles Ereignis gab, für das eine Ayat hinabgesandt wurde. Zum Beispiel, wenn es Leute gab, die eine Frage hatten und Allah kommt mit der Antwort. Zum Beispiel Die Ayat, 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 Sie fragen dich über die Neumonde, so sagt, sie sind Hilfsmittel für die Zeit, für die Menschen und den Hatsch. Oder, dass ein Ereignis geschah, das Klarstellung braucht oder Warnung. Wie zum Beispiel die Ayat, Und wenn du sie fragst, so sagen sie, wir haben nur Spass gemacht und gespielt. Und diese Ayat wurde hinabgesandt, als die Heuchler in der Schlacht von Tabuk sagten, wir haben niemand gesehen als unsere Leser, also die Leser vom Koran. Sie haben die Bäuche, die am meisten genießen und Zungen, die am meisten lügen und keine gibt es wie sie, die feiger sind, wenn sie auf den Feind treffen. Und sie meinen damit der Gesandte und seine Gefährten. Und dann sagte Allah weiter, habt ihr über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten euch lustig gemacht? Oder die dritte Art ist, dass etwas passiert und dann müssen, brauchen die Leute ein Urteil darüber. Wie die Ayah Allah hat wahrlich die Rede derjenigen gehört, die dich, die mit dir über deinen Ehemann streitet und sich bei Allah beklagt. Und Allah hat wahrlich ihr Streitgespräch gehört und Allah ist der Allhörende, der Allsehende. Und was sind nun die Vorzüge, dass wir die Gründe der Herabsendung kennen? Ein Vorzug, wenn wir die Gründe davon kennen, ist erstens, dass der Koran von Allah hinabgesandt ist. Weil zum Beispiel sind die Juden gekommen und haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt über Ruach, über die Seele. Und dann hat er ihnen nicht geantwortet, bis Allah vom Koran offenbarte und er offenbarte Und sie fragen dich über die Seele, sag, die Seele ist von der Angelegenheit von meinem Herrn und wahrlich und ihr bekommt vom Wissen nur wenig. Und dies deutet darauf hin, dass der Koran von Allah hinabgesandt wurde und nicht vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam selbst ist. Genauso die Aya Yaquluna la irraja'na ilal Medina la yukhrijanna la azu minhal adal Sie sagen, wenn wir nach Medina zurückkehren, dann wird der Stärkere von uns der Unterdrückte von uns hinauswerfen. Und die Geschichte ist, dass dies Abdullah ibn Obey der Häuptling der Heuchler er sagte, wenn wir nach Medina zurückkehren, dann werden der Stärkere von uns wird den Schwächeren hinauswerfen aus Medina. Und er meinte damit, dass wir die Heuchler der Gesandte Allahs und seine Gefährten aus Medina hinauswerfen. Und diese Geschichte hat Said ibn Arqam radiyallahu anhu gehört. Und diese Aussage von Abdullah ibn Obey und Said ibn Arqam war noch jung. Und Said ibn Arqam hat dies seinem Onkel erzählt und sein Onkel hat dies dem Gesandten sallallahu alayhi wa sallam gesagt. Und der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam ist dann zu Abdullah ibn Obey und seinen Gefährten gegangen und sie haben geschworen, dass sie dies nicht gesagt hätten. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat ihnen geglaubt. Doch dann hat Allah diese Eier offenbart und Said ibn Arqam als wahrhaftig erklärt. Zweitens die Klarstellung dass Allah sich um seinen Gesandten sorgt und ihn verteidigt. Und die Muschrikun, die Götzendiener haben dem Gesandten gesagt, warum wird der Koran nicht auf einmal hinabgesandt. Da sandte Allah hinab Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, oh würde doch nicht der Koran auf einmal hinabgesandt. Dies, damit wir dein Herz festigen und dass er gelesen wird. Und genauso die Aya, die Aisha radiallahu anha vor der Unzucht freispricht und damit das Bett des Gesandten sallallahu aleyhi wa sallam verteidigt und die Lügner aufdeckt. Drittens die Klarstellung dass Allah sich um seine Diener sorgt und ihre Sorgen wegnimmt und ihnen hilft. Und zwar dass der Gesandte Allah sallallahu aleyhi wa sallam mit einigen seiner Gefährten auf Reise war und es war kein Wasser vorhanden. Und dann haben sich die Menschen bei Abu Bakr beklagt dass kein Wasser hier ist und dann hat Allah die Aya vom Atayammum hinabgesandt. Der vierte Punkt von den Vorzügen dass wir den Grund für die Hinabsendung einer Aya kennen ist dass wir die Aya auf ihre korrekte Weise verstehen. Ein Beispiel davon ist die Aya wahrlich As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Riten Allahs Wer den Hatsch zum Hause oder die Umrah vollzieht so ist es keine Sünde für ihn wenn er zwischen ihnen eilt. Und jetzt versteht man aus der Aya würde man verstehen es ist keine Sünde also es ist eigentlich erlaubt. Aber vielmehr ist es Pflicht zwischen Safa und Marwa die zwei Berge oder die zwei Hügel neben der Kaaba den Sa'i das Eilen zu vollziehen während dem Hajj oder der Umrah Jedoch war der Grund für die Hinabsendung dieser Aya dass Asim Ibn Suleyman Anas Ibn Malik ihn fragte über Safa und Al-Marwa und er sagte dass Safa und Al-Marwa zur Angelegenheit der Jahiliya der Unwissenheit gehören und so sandte Allah diese Aya hinab dass es keine Sünde für sie sei das Eilen zwischen Safa und Marwa eine nächste Grundlage die wir lernen heißt das heisst die allgemeine Aussage und der spezifische Grund das heisst wenn eine Aya für eine spezielle Situation oder ein spezielles Ereignis hinab gesandt wurde gilt das allgemein das heisst es ist nicht speziell für dieses Ereignis Ein Beispiel ist die Ayat Surah Nur 6-9 Für diejenigen die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen aber keine Zeugen haben außer sich selbst besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin dass er viermal bei Allah bezeugt er gehörlich wahrlich zu denen die die Wahrheit sagen und dies ist weil Hilal Ibn Umeyah seine Frau der Unzucht beschuldigte mit Shureik Ibn Sahma und da sagte der Gesandte Allah entweder Klarstellung oder es wird Strafe auf deinen Rücken geben das heisst es ist Pflicht wenn man jemand der Unzucht beschuldigt dass man vier Zeugen hat und sonst wird es nicht akzeptiert und obwohl diese Geschichte wegen Hilal Ibn Umeyah und seiner Frau basiert gilt diese Aya für jeden Zustand das nächste Kapitel heisst Al-Meki Wal-Medani und zwar die Ayat von Mekka und die Ayat von Medina und die Ayat von Mekka sind diejenigen Ayat die vor der Hijra vor der Auswanderung offenbart wurden und die Ayat von Medina sind diejenigen Ayat die nach der Hijra offenbart wurden und vielfach im Koran und in den Büchern vom Tafsir vom Koran steht diese Sura wurde in Mekka offenbart diese Ayat wurde in Medina offenbart und diese hat viele Vorzüge und Nutzen und nach der richtigen Meinung sind diejenigen Ayat die in Mekka nach der Auswanderung offenbart wurden gehören zu den Ayat aus Medina weil die Gelehrten sagten die Ayat vor der Auswanderung die vor der Auswanderung offenbart wurden gehören zu den Ayat von Mekka und diejenigen die nach der Auswanderung offenbart wurden gehören zu den Ayat von Medina auch wenn sie in Mekka oder in Tabuk oder in anderen Regionen hinab gesandt wurden zum Beispiel die Ayat heute habe ich für euch meine Religion vervollständigt und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden diese Ayat wurde bei der Abschiedspilgerfahrt offenbart und es war in Arafa bei Mekka und diese Ayat wird trotzdem zu den Ayat aus Medina gezählt und die Ayat von Mekka und Medina haben verschiedene Eigenschaften und eine Art und Weise wie sie aufgebaut sind und zwar die Ayat von Mekka sind meistens stark in der Art und Weise und haben strenge Rede weil diejenigen Leute die angesprochen werden sind diejenigen die sich abwenden und hochmütig sind wie zum Beispiel Surat Al-Modassir oder Surat Al-Kamr jedoch die Ayat von Medina sind die meisten davon sanft und die Sprache ist eher locker weil diejenigen die angesprochen werden akzeptieren und fügen sich der Wahrheit wie zum Beispiel Surat Al-Maida die Ayat von Mekka sind die meisten von ihnen kurz und haben starke Argumentation und dies aus dem gleichen Grund weil eben diejenigen die angesprochen sind waren die Götzendiener die sich von der Wahrheit abwendeten wie zum Beispiel in der Surat At-Dur jedoch in der Ayat von Medina sind die Ayat eher lang und es werden mehr Urteile und Regeln aufgezählt ohne groß zu argumentieren und was das Thema anbetrifft so sind die meisten Ayat von Mekka geht es um die Bestätigung des Tawhids und der korrekten Akida speziell was den Tawhid und den Glauben an die Auferstehung anbelangt und in den Ayat von Medina kommt viel vor die detaillierte Klarstellung der Gottesdienste und den Umgang mit den Menschen und ebenfalls die Erwähnung vom Dschihad und die Regeln davon und über die Heuchler und ihr Zustand dies alles wurde in Medina offenbart und von den Vorzügen das Medini und Mecki zu kennen also die Ayat von Medina und die Ayat von Mekka zu unterscheiden hat einige Vorzüge die erste die Klarstellung von der Rhetorik des Korans die Redekunst in ihrer höchsten Stufe das heißt der Koran spricht jedes Volk so an wie es ihr Zustand erfordert zweitens die Weisheit in der Gesetzgebung in seiner höchsten Stufe und die Gesetzgebung wird Schritt für Schritt erklärt so wie es den Zustand der Leute erfordert drittens die Erziehung der Rufer zu Allah und dass sie den gleichen Weg wie den Koran einschlagen sollten und mit dem Wichtigsten vor dem Wichtigen beginnen sollen und die Härte passend anwenden und die Weichheit passend anwenden und das vierte der vierte Vorzug dass wir unterscheiden können welche Ayat vor welchen Ayat hinab gesandt wurden und dass wir wissen welche Ayat kam vorher und welche Ayat kam nachher und dass wir wissen dass die spätere Ayat die vordere Ayat aufhebt wenn ein Gesetz verändert wird ich denke es ist genug für heute das was sallallahu ala nebina muhammad ala alihi ve sahbihi was salam